Hallöchen Leute herzlich willkommen wie immer bei YouTube Alive ich bin der gute Sachse und wir spielen mit dem guten Michael B klar mit dem Mrs. Bing Mr. S und wir machen wir sind bald Video so und jetzt fangen wir an mit diesem Video mit der Präsentation neue Spiele und Vorsitzende Willkommen in meiner Präsentation bei JohnS3D Ok Das ist ein Grafik-Adventure Spiel und wir werden es auf dem hol-blah-blah-blah-präsentieren wird ja nicht die Präsentation der Version des Spiels bekommen eine Werbung von gut Werbung von gut ok Der Preis ist ok ok das ist genug mehr gut so wie wird sorry ich war schön die das ist meine nein das ist jemand anderen warte vielleicht hier kann man jemanden finden wer ist oh 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 jawohl der der muss mir Profi ansehen Koch ok auf glaube auf solche Veranstaltungen haben wir Morde jetzt klar er macht Morde Koch Kochin sagen so Gamer Oh Alter was macht der hier Hey Pipis Aber der sieht mir ok aus wenn der ne der Styler na super ich will keinen Styler haben das ist normal Normal Styler Profil normal Das ist Styler alter Kommen wir mit ihm alles kann über jopa super geil Ich werde ihn verfolgen Alter das wächst schnell Wir können jetzt gehen Alter ich verstehe mich mit ihm ziemlich gut Ich verstehe mich mit ihm ziemlich gut Okay, gut. Dich kennenzulernen, mein Freund. So. Vlog aufnehmen? Na komm. Scheiße. Der Hintergrund. Alter, was geht mit mir? Fröhlich. Dann nehmen wir das natürlich. Oh, nice. Frigged. Das nehme ich auf. Oh, 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 oh. Wenn ich, äh, das ist schlecht. Oh, 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 was? Ach, Alter, ich kann nicht mehr. Nein. So und. Oh, ich will dann zu Hause bearbeiten. Gut. Ich werde puffen. Ah, ey. Ah, oh. Ah. Super. Geil. Sehe ich. Toll. So, es reicht. Ich gehe weiter. Und gehen wir nach Hause. Schön. Unser Computer ist am Arsch. Scheiße. Äh. Wie konnte das? Nein. Nein. So, Reparatur. 20 Dollar. Machen wir. Witt. So, erst mal gehen wir schlafen. So, jetzt essen wir was. Und versuchen wir mit Pizza. So, jetzt fangen wir mit dem Vlog an. Alles gut. Machen wir hier Vlog. So, das geht so. Das geht so. Das geht so. So, das geht so. Äh, kacke. Ich habe verkackt. Eindeutig. Machen wir so. Oder so. Oder so. Ja, okay. Machen wir so. Ich weiß, es wird echt kacke Video. Und. Machen wir das. Oh, okay. So schlimm auch nicht. Aber ja. Hochladen. Komm. Alles, was ich mache. Hochladen. 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 So. Du. Was kann ich machen? Okay, Video. Langsam. Äh, wahrscheinlich ist das Spiel. Äh, was, was? Du hast neue Video. Du hast neue Video. Art. Freigeschaltet. Findest. Be. Beliebende. YouTube. Und. Versuch den. Event. Was. Interview. Mit deinem Zusammenhang. Dein Fans werden mögen. Okay. Vielleicht abonniert mich auch paar Abonnenten das beliebte YouTuber. Okay. Aha. Cool. Stern. Keine Stern. Aha. So. Schlafen gehen wir. Jo. Ich glaube. Wenn. Ich will umziehen jetzt gerade. Okay. Einkaufen. Weil neue Spiele ist rausgekommen. Amazon. Wut. Juli? Dieses oder nächstes? Top. Wie ist es? Was? Spiel. Kampf. Komm. 20. Halb so wild. Ja. 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 Ich habe immer mehr Spiele. Ach du heilige Scheiße. Nein. Ist es überhaupt gekommen? Nö. Noch nicht. Ach komm. Mann. Wir spielen noch jetzt. Review. Interview. Ja. Wie Interview. Gameplay. Machen wir. Zack. So. Jetzt. Machen wir weiter. Ähm. Das Spiel. Was kann man das Spiel beschreiben? Warte. Machen wir wieder. Benennen sie einfach so. Ich habe keinen Bock. So. Fröhliche. Begrüßung. Machen wir das. Weiter geht's. Aggressionen. Dann gehen wir auf. Das. Oder das. Das. Das gibt das und das. Machen wir das. Aggressionen. Da haben wir. Noch mehr. Es läuft wunderbar. Hauptmenü. Blüten. Scheiße. Ich habe gedacht, ich werde passen. Lustig. Skript habe ich gar nichts. Jo. Ein bisschen Skript ist schon. Unlogisch. Äh. Hier ist auch Skript. Sehr schön. So. Äh. Freunde. Bitte. Äh. Hallo. Ich bin. Okay. Auf Computer. PS2. Okay. Schick mir. Dann vielleicht mache ich. Und das mache ich so. Alter. So. Das geht so. Muss ich so machen. Und so. So. Was hier mir fehlt. Ist die. Das. Und das. Mehr nicht. Neh. So. Dann failküch. Und haben wir weniger. Ich muss mir neue Spiele wahrscheinlich. Veröffentlich. Weil das mache ich nicht. Geschick. Geil. Veröffentlich. Schauen wir mal. Spielen. Und. Wir brauchen wahrscheinlich neue Konsorten. Playstation. 3. Kaufen. Wie viel kostet die. Warte. 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 Ah. Schon. Punkte. Schön viele Punkte. So. Wir gehen jetzt arbeiten. Ah. Ich gehe mal schlafen. Ich würde sagen. PlayStation zu kaufen. Da muss man jetzt schlafen gehen. so video und gehen wir arbeiten muss mir das war haben wir bis 19 blubblubblubblubblubblubblubblubblub wirklich ohne so tolle gameplay wie immer alterällt weiter jetzt läupt jetzt schwingt so eigentlich ich will ja konsole kaufen schauen wir mal wie kosten die überhaupt ich habe schon 200 irgendwas playstation 2 und noch ein bisschen fehlt 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 die scheiße fehlt und so ein bisschen nein fortsetzen machen wir fortsetzen natürlich fortsetzen nichts anderes nein das ist wirklich überhaupt zu 200 kunden reichen noch mal arbeiten zweite schicht nichts besseres ich weiß du bist müde haben wir noch einen tag zeit danach essen wir was zweimal aber ordentlich älter das pumpen und pumpen wie jetzt gibt es ein bisschen unterscheid es ist pizza ok brauche ich zweite mal essen wir machen jetzt diese video sollen wir konsole haben sie nicht konsole kaufen scheiße playstation 2 nein leider nicht ich habe sehr viel zu tun jetzt kein video wenn ich das mit arschlag scheiße schneller geil jetzt das wird es knapp was hat er gestimmt scheiße ich weiß nicht mehr wenden bänden ich muss lesen schnell was soll ich machen ok gut machen wir zack bumm zack zack bumm zack alger nein will ich nicht sorry valentino aber ich habe viel wichtiger zu tun ich will geld so zack wunderbar test nehmen wir test 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 boom nix mehr nix mehr nimm auf zack nix mehr 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 nix intelligenter das hat ja scheiße so schwert schon seine zeit wirklich geht wir vorbei ok was macht ihr für faxen auf jede bearbeiten das dauert ein bisschen immer verrückt machen wir und fertig weiter jetzt hallo da spielen da machen wir so und das wäre schon ein länger da ende das mache ich so da mache ich so da und da werde scheiße weil muss ich so machen dass man so das gibt so ja das passt besser so und was machen wir noch nicht schlecht läuft bei mir hochladen aber wir bekommen kein geld aber haben wir schon ja ist gut geld haben wir schon bekommen ist schön aber für mieter können wir es schon zahlen bald dann haben wir fast jede kann sondern kann mir jeder angebot aufnehmen das ist finde ich sehr toll und sehr schön für xbox 300 z xbox sagen so ich weiß nicht wie das heißen auswendig nächste gameplay vielleicht spiel aussuchen packen er hat eine die du mitleidigst, kannst du mir konntest hast du mir alles zu Hause